Hallo, ich bin Julia von dekadentdekaf.com, der führenden Marke für koffeinfreien Kaffee in Großbritannien. Heute stellen wir uns die Frage. Können Menschen mit IBS oder Reizdarmsyndrom Kaffee trinken, und wenn sie die FODMAP-Diät einhalten, können sie Kaffee trinken? In den letzten Jahren haben viele Menschen begonnen, über die FODMAP-Diät zu sprechen und wie sie die Symptome des Reizdarmsyndroms oder IBS, wie Blähungen und Bauchschmerzen, verbessern und lindern kann. Zunächst einmal, was ist die FODMAP-Diät? Die FODMAP-Diät wurde in Australien entwickelt und wird weltweit immer bekannter als wirksame Diät zur Behandlung von IBS-Symptomen. Berichten zufolge ist sie zu etwa 70% wirksam, da die FODMAP-Diät die Darmsymptome verbessert. Die FODMAP-Diät ist ein komplexer Ernährungsplan, daher ist es wichtig, dass Sie eine qualitativ hochwertige Beratung zur richtigen Durchführung der FODMAP-Diät erhalten, vorzugsweise von einem zugelassenen Ernährungsberater. Zum Beispiel sind Zutaten mit hohem FODMAP-Gehalt oft in verpackten Lebensmitteln versteckt, daher müssen Sie lernen, wie man Lebensmittelzutaten liest, und lernen, vernünftige Entscheidungen zu treffen, wenn Sie in Restaurants essen. Können Menschen mit IBS- oder Reizdarmsyndrom also Kaffee trinken? Nun, die schlechte Nachricht ist, dass normaler Kaffee mit Koffein nicht gut für das Reizdarmsyndrom ist und nicht allgemein empfohlen wird. Es ist bekannt, dass Koffein den Darm der meisten Menschen beeinflusst, aber die Wirkung ist bei IBS-Patienten tendenziell schlimmer. Daher ist es eine gute Idee, das Koffein, das Sie in Kaffee, Tee und anderen Getränken trinken, zu eliminieren. Ist also regelmäßiger koffeinhaltiger Kaffee auf der FODMAP-Diät? Es überrascht nicht, dass normaler koffeinhaltiger Kaffee nicht auf der FODMAP-Diät steht. Kaffee ist technisch gesehen ein Samen und wird nicht für die Eliminationsphase des Autoimmunprotokolls empfohlen, das Teil der FODMAP-Diät ist. Wenn Sie also die FODMAP-Diät einhalten und ein strenges Autoimmunprotokoll durchführen, wäre es ratsam, für die Dauer der Ausscheidung auf normalen koffeinhaltigen Kaffee zu verzichten. Wenn Sie an Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit leiden, sollten Sie die Möglichkeit untersuchen, dass Kaffee eines der am häufigsten kreuzreagierenden Lebensmittel mit Gluten ist. Die Verbindung zwischen Koffein und den Nebennieren besteht darin, dass es sie oft überstimuliert, was zu weiterer Erschöpfung führt. Es ist also leicht, sich daran zu gewöhnen, Koffein kontinuierlich zu verwenden, um das Energieniveau hochzuhalten, was vorübergehend funktionieren kann, aber zu Nebennierensymptomen wie Müdigkeit und morgendlichem Aufwachen führen kann. Aber ist entkoffeinierter Kaffee für die FODMAP-Diät geeignet? Entkoffeinierter Kaffee ist für die meisten Menschen mit Reizdarmsyndrom geeignet, da er fast kein Koffein enthält. Hier bei decadentdecaf.com empfehlen wir den Swiss Water Process zur Entkoffeinierung, der Wasser ohne Chemikalien zur Entkoffeinierung der Kaffeebohnen verwendet und zu 99,9% Koffein frei ist. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.decadentdecaf.com oder besuchen Sie unseren YouTube-Kanal für weitere Videos zu den Themen entkoffeinierter Kaffee, Koffein und Kaffee.